Der Schlagerboom ist back. Und zwar mit einem Sommer-Open-Air in Kitzbühel. Moderator Florian Silbereisen muss dabei allerdings auf etwas verzichten. Florian Silbereisen. Wermutstropfen beim Schlagerboom-Open-Air in Kitzbühel. Eigentlich ist es eine Nachricht, die Happy machen sollte. Florian Silbereisen, 41, moderiert das Schlagerboom-Open-Air in Kitzbühel. Das erstmals in Österreich stattfindet. Doch es gibt einen Wermutstropfen. Die Schlagerveranstaltung wird zwar in der ARD gezeigt, doch die Sendezeit wird gekürzt. So wird die Show am 1. Juli drei Stunden in der Primetime ab 20.15 Uhr zu sehen sein. Was allerdings 20 Minuten weniger Sendezeit sind als der Schlagerboom 2021 aus Dortmund. Florian Silbereisen kündigt Überraschungsgast an. Doch auch wenn Florian Silbereisen weniger Sendezeit zur Verfügung hat, das Event wird sicher mega. Denn mit dabei sind unter anderem Beatrice Egli, 34, Ross Anthony, 48, Michel, 51 und Vicky Leandros, 70. Alles Hochkaräter, die garantiert für eine ausgelassene Stimmung sorgen werden. Auch vor den Bildschirmen. Und Moderator Florian Silbereisen verkündet im Interview mit dem ORF sogar noch einen echten Überraschungsgast. Weltstar Anastasia wird das Stadion zum Beben bringen und ich freue mich auch sehr, dass endlich mal wieder gemeinsam Albano und Romina Power ihre ganz großen Hits singen werden. Allround Talent Florian Silbereisen freut sich auf ein Event der Extraklasse, wie er betont. Jetzt dürfen wir zum ersten Mal einen SCHLAGERBOOM Open Air im Stadion in Kitzbühel veranstalten. Mit einer riesengroßen Bühne mitten im Stadion. Also wir bespielen 360 Grad, damit alle ganz nah dabei sein können und dieses Erlebnis wird, glaube ich, ganz spektakulär werden.